In diesem Video sehen wir uns jetzt gemeinsam an, wie wir zusätzlichen Platz auf unseren Seiten freimachen können, sodass wir weitere Notizen hinzufügen können und welche Möglichkeiten wir haben, um Notizen zusammenzufassen und aufzuteilen. Denn manchmal ist es ja so, dass man vielleicht nur einen Teil von einer Notiz braucht oder eben nach kurzer Zeit merkt, diese beiden Textboxen würden vermutlich besser funktionieren, wenn es nur eine wäre. Dazu habe ich jetzt einfach hier etwas Platzhaltertext eingefügt von der Microsoft OneNote Website und wir sehen uns das Ganze jetzt einfach mal an. Wir haben also Textbox 1 und Textbox 2. Wenn wir eine neue Textbox anlegen wollen, wissen wir, dass wir einfach nur irgendwo innerhalb unserer Seite klicken müssen. Wenn ich das tue, einmal, dann sehe ich hier, ich habe meinen Cursor und ich kann einfach anfangen zu schreiben. Ich kann jetzt hier zum Beispiel sagen, hier möchte ich die Überschriften sammeln. So, mit Überschriften meine ich natürlich einmal OneNote für Bildungseinrichtungen und einmal Informationen teilen und zusammenarbeiten. Was kann ich also tun? Ich könnte natürlich ganz klassisch den Text markieren, ausschneiden und hier einfügen. So, sieht nicht ganz so optimal aus. Ich kann das Ganze natürlich jetzt auch wieder mit STRG-Z rückgängig machen. Und nochmal, ich könnte es natürlich auch einfach kopieren und einfügen, aber ich denke, das ist jedem bewusst. Wir können allerdings in OneNote ganz einfach auch diesen Teil markieren, also die Überschrift. Und dann, wenn wir die Shift-Taste auf unserer Tastatur halten und mit unserer Maus in unsere Textbox klicken, dann sehen wir hier, wir können das Ganze einfügen. Ich mache das Ganze einfach nochmal, dass man das besser sieht. Wir haben also hier unsere Textbox, in der noch nichts drin ist. Ich mache eine neue Zeile, markiere mir die Schrift, halte die Shift-Taste und ziehe den Inhalt einfach in die neue Box. So, wir sehen jetzt, die Formatierung von unserer Textbox wurde übernommen. Das ist natürlich sehr praktisch. Ich könnte mir aber vorstellen, dass ich an diesem Punkt natürlich gerne die vorhandene Formatierung von den Überschriften übernehmen möchte. In OneNote haben wir dafür eine sehr, sehr gute Option. Alles, was wir dafür tun müssen, ist in unserem Menüband, im Startabschnitt, diesen Pinsel hier auszuwählen. Format übertragen. Was bedeutet das? Wir können hier jetzt zum Beispiel die Überschrift nehmen. Die ist in einer anderen Schriftart, in einer anderen Größe als unser Text. Ich markiere das Ganze, klicke zweimal auf Format übertragen. Wenn ich dann einfach mit meiner Maus das Ganze markiere, wird die Formatierung von hier links übernommen. Ich habe dann immer noch diesen Pinsel ausgewählt. Den kann ich aber mit Escape einfach wieder zu meinem normalen Cursor machen. Wenn ich jetzt das Ganze nochmal rückgängig mache und wieder das Ganze markiere, zweimal auf Format übertragen klicke und lediglich Informationen auswähle, wird auch nur dieser Abschnitt vergrößert. In dem Fall also die Formatierung von der Überschrift übernommen. Ich könnte das Ganze auch innerhalb einer Textbox machen, wenn ich jetzt hier OneNote markiere und zweimal klicke, auf Format übertragen, dann behalte ich diesen Pinsel. Das bedeutet, ich kann einzelne Wörter innerhalb meiner Textbox mit dieser Markierung vergrößern. Der Sinn davon ist, dass OneNote auch oft auf Tablets verwendet wird oder auf dem anderen Mobilgerät, eben auf einem Handy zum Beispiel, die OneNote App und besonders zum Beispiel in der Uni oder wenn man sich eben Notizen während einem Vortrag macht, ist es natürlich sehr praktisch, wenn man einmal in einem Text sich die gewissen Abschnitte, die man eben für wichtig erachtet, markieren kann. Das bedeutet, ich würde zum Beispiel dieses Format übertragen einmal auswählen und dann würde ich mir alles anstreichen, was für mich relevant ist. Gut. Wir wissen jetzt also, wie wir Elemente aus einer Textbox in die andere Textbox verschieben können. Wir können das nochmal machen. Wir markieren es, halten die Shift-Taste. Wunderbar. Wenn wir eine eigene Textbox mit einem Text anlegen wollen, dann können wir das klassisch machen, indem wir ihn kopieren und einfach einfügen in eine neue. Wir können aber auch ganz einfach diesen Abschnitt hier wieder markieren, Shift halten und einfach das Ganze aus dem Container ziehen. Und dann legt es uns automatisch eine neue Textbox für diese Überschrift an. Jetzt fällt mir aber gerade ein, dass es ja eigentlich praktisch wäre, wenn ich hier etwas mehr Platz hätte innerhalb meiner Seite zwischen meinen Textboxen. Bevor ich jetzt alles von Hand versuche zu verschieben, können wir einfach über das Menüband unter dem Punkt Einfügen den Schreibbereich erweitern. Ganz links haben wir dann hier Schreibbereich Einfügen und wenn ich darauf klicke, dann sieht man hier schon, ich erhalte die Option, etwas einzufügen. Dabei ändert sich dieser Mauszeiger zu einem Pfeil, der nach oben und unten zeigt oder eben nur nach unten. Das ist schlicht und einfach ein Signal an uns, dass wir hier Abstand entfernen oder einfügen können, wenn es nach oben und nach unten zeigt. Wir können aber auch einfach nur Abstand nach unten einfügen, wenn wir eben beispielsweise unsere Quellen von unserer Textbox loslösen wollen. Das Ganze funktioniert wunderbar, wir haben es eben schon gesehen. Wir können unseren Schreibbereich jederzeit anpassen, machen das Ganze jetzt wieder ein bisschen kleiner, ziehen unseren Inhalt nach oben und alles funktioniert wunderbar. Was haben wir also in diesem Video gelernt? Wir wissen jetzt, wie man mit Hilfe der gehaltenen Shift-Taste Textelemente von einer Textbox in die nächste verschieben kann. Wir wissen, dass man einfach auch Textelemente aus einer Textbox mit gehaltener Shift-Taste und der Maus auf der Seite in ein neues Textelement einfügen kann, ohne eine eigene Textbox anlegen zu müssen. Ganz einfach, Shift mit der Maus und schon haben wir ein neues Textelement. Wir wissen außerdem jetzt, wie wir unseren Schreibbereich erweitern können. Wir wissen, wie wir Textboxen zusammenfügen können, wieder mit Hilfe der Shift-Taste und wie wir Formatierung mit Hilfe von unserem Format übertragen Menüpunkt übernehmen können. Wir wissen, wie wir hier sind, wie wir hier sind.